Schreibtisch. Der Computer wird angemacht. Es wird getippt. Ein kleiner Junge kommt. Mama! Mama! Ach, lass mich, ich muss hier gerade was machen. Ich möchte mit dir spielen. Na gut, ich gebe dir die Fernbedienung und du schaust einfach Fernsehen. Elch und Schneemann, schau es dir an. Viel Spaß. Die Frau kümmert sich weiter um den Computer. Der kleine Junge schaut sich den Fernseher an. Die Frau kümmert sich weiter. Die Frau kümmert sich weiter. Die Frau kümmert sich weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt ganz viele Menschen, die abhängig vom Internet sind. Versuchen, dem einfach zu widerstehen.